Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Unsere Kaderplanung läuft voran, es soll weitere Verstärkungen geben und fragt man Simon T. Rodde, ist das auch vollkommen richtig so? Denn im Gespräch mit Sport1 hat er so ein paar Sachen verraten, unter anderem auch, dass er noch ganz, ganz lange spielen will und noch lange nicht ans Karriereende denkt. Ich komme jetzt ins beste Stürmeralter, das merke ich gerade. Stürmer und Torhüter profitieren enorm von ihrer Erfahrung. Ich fühle mich fit, trainiere viel und lebe total bewusst. Da ich tatsächlich topfit bin, habe ich in dieser Saison gezeigt. 30 Mal traf ja T. Rodde und natürlich ist jetzt mal wieder die typische Frage, kann ihm das auch so ähnlich in der ersten Liga gelingen? Und auch dazu macht er eine klare Ansage. Ich werde auch nächste Saison mit meiner Art Gas geben und meinen Stempel aufdrücken. Es hängt immer auch von den Mitspielern ab. Ich habe in dieser Saison enorm von den Jungs profitiert. Ich freue mich, dass Rufen und Peter keinen Urlaub machen werden und eine gute Mannschaft zusammenstellen. Indirekt macht es mit Tirot auch klar, es braucht auch nochmal Verstärkungen, denn auf Schalke ist man jetzt auch nicht irgendwie blind, was die neue Saison angeht. Wir haben die Basis gelegt, aber natürlich brauchen wir dazu noch weitere Qualität. Wir gehen sicher nicht mit träumenden Augen in diese Liga. Wir nehmen jeden auf, der uns helfen kann. Wir können auf jeder Position Verstärkung gebrauchen. Das ist definitiv so. Sind hier auf jeden Fall schon mal die klaren Ansagen, dass Schalke weitere Neuzungen gebraucht. Und auch Simon Tirot hat einen kleinen Traum für die nächste Saison und zwar möglicherweise doch nochmal bei der WM für Deutschland mit dabei zu sein. Natürlich ist der Zahnmannschaft ein großer Traum. Für welchen Fußballer? Nicht. Ich bin aber total demütig und gebe weiter Gas. Wenn Ansifleka am Ende wirklich zur Entscheidung kommen sollte, dass er einen Stürmer für Katar braucht, der vorne drin steht und Tore macht und der dann auch noch an mich denken sollte, dann stehe ich natürlich bereit. Doch aktuell mache ich mir darüber nicht allzu viele Gedanken und das kaufe ich Tirot auf jeden Fall auch ab. Ich glaube vielmehr auch, dass ich Gedanken, wie er jetzt auch in der Bundesliga Tore machen kann und dafür kann sicherlich auch eine oder mehrere Verstärkungen nicht verkehrt sein. Eure Meinung dazu, wo Schalke Verstärkungen braucht, mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.